Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unsere U23 liefert immer wieder wirklich spannende Spieler für die Profimannschaft. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass der Klassenerhalt dort geschafft worden ist. Und natürlich gab es noch diesmal wieder ein, zwei Spieler, die aufgefallen sind, trotz einer eher schwachen Ligasaison und dazu gehörte ja auch Leo Schienzer. Aber der Mann, der von vielen Fans schon mal für den Profibereich gefordert wurde, wird unsere U23 höchstwahrscheinlich verlassen. Denn auf Instagram schrieb unser Zehner in der U23 Morgen Abschiedsspiel mit einem traurigen Smiley, einem gebrochenen Herz, wie auch zwei blau-weißen Herzen. In 35 Spielen machte er starke 10 Tore und 13 Vorlagen, wodurch mir schon mal ganz gerne vorgestellt hätte, ihn in der Profimannschaft zu sehen. Aber klar ist natürlich auch, dass der Sprung von der vierten Liga in die erste Liga, und da werden wir nächstes Jahr spielen, natürlich schon noch mal deutlich größer als von der vierten in die zweite. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es mit Leo Schienzer weitergehen kann. Zum Beispiel dritte Liga traue ich ihm locker zu. Da würde ich ihn auch mir wünschen, wenn er jetzt eben Schalke-Nurie verlassen wird. Aber natürlich können sie auseinanders einen Profivertrag bekommen. Auch das ist natürlich eine Option, aber das glaube ich jetzt eher nicht, weil er sagt ja nur, dass das Abschiedsspiel für die U23 ist. Aber ich denke mal, dass er Schalke dann verlassen wird. Ich denke mal, viele Fans hätten, wie gesagt, ihn gerne mal im Profibereich gesehen. Dazu kommt es nun somit nicht. Aber natürlich auch da nochmal Danke an Leo Schienzer mit seinen Toren, mit seinen Vorlagen, mit seinem Spielwitz. Hat er wirklich extrem dabei geholfen, dass unsere zweite Mannschaft den Abstieg verändern konnte und auch nächstes Jahr in der Regionalliga West wieder antreten wird. Und dann wahrscheinlich auch ohne Leo Schienzer. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anna Lüschalker.